Das gruselige Monster Shin Sonic aus den Sonic Tapes ist heute in Teardown mit den riesigen Zähnen. Und wir müssen heute mit verschiedenen Fahrzeugen, unter anderem auch mit dem Sonic-Fahrzeug, gegen dieses Monster ankämpfen. Schaffen wir es, den gruseligen Shin Sonic zu besiegen, das erfahrt ihr in diesem Video. Und insgesamt haben wir wieder 5 Leben, aber mit der Sonderregelung, dass wir auch 5 Schilde jetzt haben, die wir für 30 Sekunden aktiv halten können gegen unüberlebbare Sonic-Angriffe. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Episode in Teardown. Und ja Leute, ihr habt es gerade mitbekommen, Sonic Tapes, beziehungsweise Shin Sonic, das ist eine Art Monster aus so gewähnten VHS-Kassetten. Und da soll dieser Sonic ultra gruselig sein. Wir wissen ja, es gibt normalen Sonic, es gibt die ganzen anderen Charaktere, es gibt Sonic.exe, aber das hier soll noch mal ein anderes Level sein, und zwar Shin Sonic. Alleine Freunde, einfach dieser doppelte Mund ist super creepy. Und was da drin ist, weiß ich nicht, was passiert, wenn wir da reinfliegen. Okay, du komischer Shin Sonic, wir werden dich heute fertig machen. Und je öfter wir ihm Damage hinzufügen, desto aggressiver werden seine Angriffe. Wir starten als allererstes natürlich mit bekanntlichen, dem einfachsten Fahrzeug. Und zwar steigen wir jetzt einfach mal in so einen Sportwagen und fliegen straight einfach mal in den Mund von Shin Sonic rein. Und da würde ich sagen, Folge... Was? Yo, Moment mal kurz. Okay, ich habe mein Leben zum Glück nicht verloren, aber wie hat er das gerade gemacht, Junge? Oh, yo, okay. Der hat Feuerattack, Mann. Oh, und ich sehe gerade, das zieht ein bisschen Leben ab. Leute, wir sollten schnell in ein Auto gehen, bevor wir irgendwie verlieren. Oh, schnell in ein Auto. Okay, Freunde, der scheint heute ein ganz, ganz anderes Kaliber zu sein. Und je länger dieses Video geht, desto verstörender werden die Ereignisse in diesem Terron-Video. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Denn ihr kennt ja bekanntlich wahrscheinlich diese Sonic-Tapes, wo dieser Shin Sonic vorkommt. Und je länger man guckt, desto bizarrer wird das Ganze. Deswegen, Leute, let's go! Oh Gott, ich bin im Mund drin. Hilfe! Okay, alles klar. Ich will, dass ich da rausgehe. Okay, alles klar, ich gehe raus. Meine Güte, ich habe mir überhaupt gar kein Damage gemacht, merke ich. Okay, also Leute, das Ganze scheint doch ein bisschen schwieriger zu sein. So, komm, die Toiletteregels. Nitro an! Nitro? Nitro! Nitro! Hallo! Wo ist mein Nitro? Ich habe gar keinen Nitro, Mann. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Nein! Okay, warum kann man... Kann man durch den Boden... Zählt das auch als Leben, das man verliert, wenn man durch den Boden fällt? Das wäre es nämlich. Okay, Leute, wir haben immer noch leider nicht Nitro freigeschaltet. Als nächstes nehmen wir jetzt einfach mal das Nemo-Fahrzeug. Wow! Vorsicht, Mann! Der driftet zu krass. Oh nein. Er ist wütend, Leute. Er ist wütend. Er ist wütend. Oh! Okay, wenigstens seine Fusa. Seiner kolleglicher Fusa... Was? Ey, eine Sache muss man testen, Leute. Kann man den überhaupt Damage machen? Äh... What? Okay, ich habe noch nie einen so widerspenstigen Gegner gesehen, der bei einem Schuss nur so einen kleinen Pixel verliert. Das wird heute eine sehr schwere Folge. Okay, Ladies and Gentlemen, das... Wo kommt die Musik auf... Wo kommt diese Musik auf einmal her? Hallo? Ist das die Sonic.exe-Musik? Oh! Oh mein Gott! Was? Jetzt haben wir nur noch vier Leben. Oh Gott. Moment mal kurz. Wir hatten doch noch die fünf Schilde. Die, die wir an meiner Lebenszeite sehen, Leute. Diese fünf Schilde. Die Sonderregel besagt, dass ich für 30 Sekunden ein Schild verbrauchen kann und damit unzerstörbar bin. Für circa 30 Sekunden. Ich glaube, gegen diesen Angriff muss man das benutzen. Wir konnten nämlich nichts ausrichten. Okay, dann werden wir das nächste Mal daraus lernen, dass wir auf jeden Fall mal nicht... Leute, guckt euch den Wagen einfach mal an. Ich glaube, den sind wir gar nicht gefahren, aber der ist irgendwie trotzdem explodiert. Egal, Leute. Volle Kanone gegen Shin-Sonic! Nein, 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 nein. Oh, wie viel? Oh Gott. Okay, der Boden ist tatsächlich zerbrechbar. Oh, ja, Shin-Sonic, hör mal auf mit deinem Späßle. Komm, wir nehmen, Leute, die größeren Fahrzeuge. Das scheint sonst keinen Sinn zu ergeben. Leute, Vollgas, Richtung, ja, nein, nein, oh Mann, Junge, der macht hier alle Fahrzeuge kaputt. Freunde, ich glaube, ich brauche unbedingt Nitro. Lasst jetzt alle mal einen Like da, damit wir Nitro intern und freischalten. In 3, 2, 1, und hat es geklappt, wir testen es aus, Freunde, alles klar, ja, jetzt hat es geklappt, Leute, Nitro. Oh mein Gott, Alter, was war das gerade für ein Angriff. Boah, Alter, das war, das war heftig. Jo, okay, hier fliegt alles durch und durch. Jo, mir ist gerade erst aufgefallen, wie riesig seine Stacheln sind da hinten. Und hoha, wir haben einfach dieses Nil erzeugt. Wir haben einfach komplett durchbohrt, um ehrlich zu sein, Leute, wir haben Sonic Tapes, Shinsonic, fast halb durchbohrt. Boah, Junge, der sieht jetzt noch gruseliger aus. Okay, da ist schon wieder diese Musik. Warte mal kurz, was müssen wir machen? Ähm, ich muss den Schild aktivieren, Leute, bevor es, äh, mach 3, 2, 1, und Gottmode aktiviert, Leute, und. Oh, 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 oh. Okay, Freunde, wir haben den Schutz immer noch für circa 20 Sekunden. Wir sollten jetzt alles nutzen, was wir machen können. Oh mein Gott, Junge, oh, 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 einfach Blitze, Mann. Come on, come on, Sonic Tapes, du hast, du kannst mir nichts anhaben, Mann. Du kannst mir nichts anhaben, oh mein Gott, Leute, Feuer voll. Ja, oh, wer bot in der Ananas? Und ich hab, ich hab den Godmode noch gehabt. Leute, ich hatte den Godmode noch. Ähm, wie lange fallen wir eigentlich hier runter? Das kommt mir wirklich wie eine Ewigkeit gerade vor. Okay, Leute, wir haben jetzt nur noch 4 Schilde und 4 Leben, aber immerhin konnten wir uns retten. Jetzt wissen wir also, was zu tun ist. Aber, Freunde, was für Verluste wir hier schreiben. Durch diese Angriffe von Shin Sonic nehmen wir richtig Damage. Beziehungsweise nicht wir, sondern unsere ganzen Fahrzeuge und unser Equipment. Aber, Leute, wir werden ihn davon abhalten. Oh nein, ich hab das eine Auto geschrottet. Einfach mal drüberfahren. So, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen... Oh, oh, Achtung, Vollgas Nitro. Nitro. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Oh, der Boden, der Boden, nein, 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 damit haben wir Leben verloren. Oh mein Gott, das ist jetzt richtig schwer. Was ist das für ein gigantisches Loch, was da entstanden ist? No way. Leute, ihr wollt mir doch nicht ernsthaft sagen, dass ich da irgendwie noch eine Chance habe. Ich bräuchte einen Fallschirm, um das zu überstehen. Das ist ja wirklich crazy. Warte mal, da sind die Ränder. Ich glaub, bei dem Berg, da bin ich safe. Wenn ich da an dem Bergband dran bin, keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall, wir müssen Sonic beenden. Oh, er hat wieder seine Flammenattacken, Mann. Das gefällt mir nicht. Ui, 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 ui. Okay, steigen wir mal in mein Auto ein. Töser Grill. Du kriegst mich, mein Töser Grill, nicht kaputt. Töser Grill lebt für immer. Töser Grill forever. Töser Grill. Töser Kebab, bester Kebab, Mann. Na los. Ja, komm schon. Okay, das Ding brennt aber. Leute, der brennt für euch. Töser Grill auf die Eins in die Kommentare. Und jetzt kriegst du deine Strafe dafür. Shin Sonic, oder wie soll ich dich nennen? Koninklicher Fuß. Oh Gott. Okay, wenn ich also aus dem Auto aussteige, wenn ich den Boden berühre, dann zählt es nicht, dass ich Leben verliere. Okay, die Regel ist, ich muss den Boden berühren. Okay, Ladies and Gentlemen. Wait, was passiert hier? Ich höre schon wieder die Musik. Oh nein, wir müssen den nächsten Schild aktivieren, Freunde. Achtung. Und... Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh, oh, meine ganze... Oh, oh. Oh, oh. Sonic, Junge. Was machst du da, Bro? Was machst du? Oh, oh. Das Auto. Oh. 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 Okay. Okay. Oh. Oh. Was? Es ist neblig geworden. Nein. Nein, Leute. Schaut euch an, wie viele Fahrzeuge er zerstört hat. So viele Fahrzeuge einfach kaputt. Oh, am besten wir nutzen jetzt schon die guten Fahrzeuge. Wie zum Beispiel den Helikopter. Ist der noch heil? Kann man den? Kann man den noch fahren? Ja, es ist schwer. Man kann ihn noch fliegen. Man kann. Okay, Leute. Das ist vielleicht unsere Chance, ihm richtig Damage auszulösen. Okay, ich weiß zwar nicht ganz, wie man ihn steuert. Aber wenn wir Glück haben, können wir richtig kritischen Schaden an Sonic Tapes machen. Und um ehrlich zu sein, so ein Helikopter ist gar nicht mal so schlecht, wenn der Boden langsam auseinander fällt. Oh, oh. Die Fäuste. Die Fäuste. Wir müssen nach links. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 ja. Und jetzt runter. Jetzt runter. Jetzt runter. Jetzt runter. Jetzt runter. Oh. 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 Yo. Wir schreddern alles in ihm drin. Wir schreddern es. Wir schreddern ihn, aber... Oh, ja. Gut, 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 gut. Weiter, weiter. Rein, da, rein, da. Rein in die Olga. Rein in den Sonic. Rein in den Sonic Tapes. Oh nein. Ähm. Das Ding ist kaputt gegangen. Aber wir haben ein bisschen Damage gemacht. Okay, Leute. Hey, langsam verzweifle ich an diesem komischen Monster. Ich will diesen Mund jetzt zerstören. Yo, wir nehmen als nächstes... Oh, das wär's, Leute. Explosivfahrzeuge. Die sind zwar sehr gefährlich, dass die drohen zu explodieren, aber wir können damit gut Damage machen, Leute. Es ist zwar der gefährlichste Sonic Gegner aller Zeiten und wir schaffen den Sprung nicht mal. Nein. Nein. Das kann nicht sein, Leute. Ich war doch gerade dabei, einen guten Jump zu machen. Und was passiert? Nichts. Wir haben mit dem Nitro nicht einmal da drüber springen können. Aber wir meinen das Ding, Leute. Pass mal auf. Das Ding wird jetzt rasieren. Ich call es jetzt, Leute. Das Ding wird alles in den Schatten stellen, was ihr gesehen habt. Vollgas, Junge. Ja. 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 Boden ist berührt, Leute. Jetzt raus da. Oh, ja. Wir haben ein Bein. Wir haben ein Bein, Leute. Boah. Das war knapp, Leute. Ich verstehe nur nicht, warum hier alles unten gelagert wird. Oh, nein, 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 nein. Da kommt schon wieder diese Musik, Leute. Achtung. Aktivieren wir den Modus. Und, oh Gott, jetzt fängt er wieder an, Leute. Oh. Oh, ja, 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 ja. Oh. Nicht gut, Leute. Ich sollte am besten... Nein, nein, nein. Nicht zu dem Auto. Nicht zu dem Kippler. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Oh, yo. Das ist jetzt schlimm. Das ist jetzt der schlimmste Angriff von ihm bis jetzt. Okay. Mein Modus ist gleich aus. Okay. Wir haben es überstanden. Okay. Die Nacht bricht an. Das ist kein so gutes Zeichen. Wir haben noch ein paar Fahrzeuge. Wir haben zwei Schilde und zwei Leben noch. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen das Sonic-Fahrzeug. Ja. Let's go, Leute. Als nächstes nehmen wir einfach Sonic gegen Sonic. So, easy. Pass mal auf. Entspannter Rino. Doch nicht so entspannt, Rino. Überhaupt nicht entspannt. Okay. Was haben wir noch? Oh, wir haben noch einen weiteren Schredder, Leute. Dann Achtung. Let's go in den Schreddozer. Schreddozer. Du hast was in der Hose. Oh, oh. Oh, nein. Er will Widerstand. Oh. Er macht Damage. Er macht Damage. Damage an meinem Auto. Vergiss es mal. Wir erwischen deine Hand. Ja. Okay. Hat der die Hand? Die Hand hat keinen Schaden genommen. Das macht keinen Sinn, Mann. Wow. Wow. Was ist los? Was ist los? Leute. Macht er gerade seine Ulti oder was? Was bewegt er sich? Ich weiß nicht, was er gerade macht, aber ich habe keine Ahnung. Was ist los? Oh. Oh. Yo. Yo. Oh. Oh, nein. Nein. Nein, Mann. Das kam aber aus dem Nichts. Das kam aus dem Nichts. Yo. Ist okay. Wie lange will er das hier noch ziehen? Meine Facecam. Buckt. Hallo. 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 Oh. Auf einmal wird es dunkel. Hallo. Also, ich sehe einen Wald. Was ist hier los? Ist es ein Wald da? Oh. Yo. Was ist das? Was ist das, Leute? Oh, mein Gott. Ist das ein Video von Sonic Tape? Das sind die Sonic Tapes. Yo. Das ist das Militär, das den angreift. Oh, Gott. Der scheint die Welt, der schafft zu übernehmen gerade. Was macht er? Oh, mein Gott, Leute. Es laggt extrem. Ich glaube, Sonic Tapes wurde ordentlich erwischt. Hä? Warte mal. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Warum habe ich wieder meine Autos? Hat er die Zeit zurückgedreht? Ich höre die Musik schon wieder. Das heißt, Leute, wir müssen jetzt den Schild verbrauchen. Und? Okay, Leute. Schild ist aktiv. Wir haben den vorletzten Schild jetzt verbraucht. Okay, wir warten auf den Angriff. Wo ist der Angriff? Da kommt nichts. Okay, das ist weird. Äh, ich check's nicht, Leute. Okay, wir haben den Schild noch aktiv. Aber warum greift er mich nicht an? Warum ist es so ruhig auf einmal? Keine Musik? Gar nichts. Es ist so, als wäre hier gerade eine toten Stille. So, warte. Ich muss das Auto hier irgendwie rummanövrieren. Wir finishen jetzt Sonic. Wir finishen ihn jetzt, Leute. Volle Kanone. Achtung. Achtung. Ja. Und jetzt bremst, bremst, bremst. Wir müssen Damage machen. Oh. Ja. Ja. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben ihn, Leute. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Oh. Was ist los? Es glitscht. Dieses Video kommt wieder. Hallo. Ah. Schau, was passiert hier? Es glitscht alles rum, Mann. Was? Jetzt ist alles dunkel. Ich sehe gar nichts. Ähm. Ich sehe nichts, Leute. Was ist hier los? Okay, Freunde. Ich glaube, ich schalte jetzt meinen PC aus. Ich weiß nicht, ob wir ihn besiegt haben oder so. Es ist das merkwürdigste Cursed-Video, was ich glaube, ich hatte in Turndown. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Heid ist raus und rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.